Jede zweite Urlaubsreise geht an den Strand. Damit ist der Strand die Hauptmotivation für Leute in den Urlaub zu fahren. Hotelvergleiche kennt jeder, aber zum Strand gibt es kaum relevante Informationen. Wir ändern das jetzt. Wir vom Beach Inspector erfassen und digitalisieren die Strände dieser Welt. Alles mit dem Ziel, unseren Usern ein authentisches Bild vom Strand zu geben. Über 1000 Strände in 20 Ländern sind bereits auf unserer Seite. Das macht uns zur größten weltweiten Informations- und Bewertungsplattform zum Thema. Ausgebildete Beachinspektoren testen Strände nach einem standardisierten Verfahren direkt vor Ort. Sie bewerten die Strände nach Zielgruppentauglichkeit, dokumentieren ihre persönlichen Erfahrungen in Fotos und Videos und sprechen klare Empfehlungen aus, für wen der Strand geeignet ist und für wen nicht. Diese Informationen veröffentlichen wir auf unserer Website beachinspektor.com und in unseren Apps. Damit wird die Suche nach dem perfekten Urlaubstrand zum Kinderspiel. Mein Name ist Dax Lörgwer, ich bin Business Angel und Fan von Beachinspektor von der ersten Minute an. Warum? Ich habe sieben Jahre lang Holiday-Check unter anderem mit aufgebaut und weiß, wie wichtig touristischer Content ist, um ein Portal richtig nach oben zu treiben. Und hier schließt Beachinspektor eine ganz entscheidende Lücke. Zu dem Thema Strand gibt es noch nichts. Und das wird Beachinspektor richtig erfolgreich machen. Wie einfach es ist, bei Beachinspektor seinen perfekten Urlaubstrand zu finden, zeige ich euch jetzt. Lasst uns das alles anhand eines kurzen Beispiels durchspielen. Eine Familie möchte einen Strandurlaub im Sommer auf Mallorca verbringen. Bei Beachinspektor gibt es auf der Insel insgesamt 96 Strände. Wie findet diese nun den passenden? Gewünscht sind ein kinderfreundlicher Strand. Es muss unbedingt ein Sandstrand sein, duschen und der Mann besteht auf einer Beachbar. Bei uns findet die Familie all das mit nur wenigen Klicks. Ein Strand, der all diese Kriterien erfüllt, ist der Playa Oratario. Mit 10 von 10 Punkten hat diese einen Höchstwert für Familien erhalten. Das bedeutet, dass er alle Kriterien, die wir von Beachinspektor für den perfekten Familienstrand vorgegeben haben, zu 100% erfüllt. Anhand vieler Fotos, Videos und umfangreicher Zusatzinformationen kann sich die Familie nun ein gutes Bild machen, wie es vor Ort wirklich aussieht. Und siehe da, die Beachbar sieht wirklich sehr einladend aus. In den letzten 6 Monaten konnten wir unsere Besucherzahlen mehr als verfünffachen. Alleine in den letzten 4 Wochen waren über 400.000 Besucher auf unserer Website. Dabei kommen 40% aller Besucher schon heute über Suchmaschinen und Empfehlungen anderer Medien. Das liegt auch daran, dass unsere Pressearbeit sehr erfolgreich ist. Mehr als 1.000 Artikel, Radiobeiträge und Zeitungsberichte und zahlreiche TV-Auftritte sprechen für sich. Hallo, ich bin Christian Mauer. 2002 habe ich Sumo, eine der erfolgreichsten Agenturen für Suchmaschinenoptimierung in Deutschland gegründet und 2011 verkauft. Meiner Einschätzung nach hat Beachinspektor ein erhebliches Potenzial, mit einzigartigen und relevanten Inhalten extrem viele Nutzer zu erreichen. Gerade aufgrund meines SEO-Backgrounds kann ich sehr gut einschätzen, welches Potenzial das Projekt hat und bin als aktiver Business Angel bei Beachinspektor investiert. Für unsere User ist Beachinspektor kostenlos. Kann man also mit Strandinformationen überhaupt ein erfolgreiches Business aufbauen? Ja, auf jeden Fall. Und wir können das auch beweisen. Schon jetzt vertrauen namhafte Reiseveranstalter wie Thomas Cook, FTI und Altus auf die Vertriebskraft von Beachinspektor. Hat ein Beachinspektor-User seinen Urlaubsstrand gefunden, dann zeigen wir ihm genau dann die besten Reiseangebote an diesem Strand an. Mit jedem vermittelten Nutzer verdienen wir Geld. Schon jetzt erwirtschaften wir einen monatlichen Umsatz von 30.000 Euro. Mit steigender Reichweite und der Einbindung zusätzlicher Angebotstypen werden wir 2018 den Break-Even erreichen. Man braucht nicht viel Fantasie, um nachvollziehen zu können, wohin sich Beachinspektor in der Zukunft entwickeln wird. Aktuell haben wir etwa 1.000 Strände auf dem Portal und sind nur auf dem deutschen Markt aktiv. Damit erreichen wir schon jetzt 400.000 Besucher im Monat und erwirtschaften 30.000 Euro Umsatz damit. Unser Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren 20.000 Strände auf Beachinspektor zu präsentieren und in 15 internationalen Märkten aktiv zu sein. Damit wird Beachinspektor zu einem der größten und relevantesten Tourismusportale der Welt. Das wird sich in puncto Reichweite, Umsatz und in der Attraktivität gegenüber Exit-Kandidaten deutlich bemerkbar machen. Hallo, mein Name ist Frank Maier von Maier du Mans. Sie kennen uns wahrscheinlich von den bekannten Marco Polo Reiseführern mit Insider-Tipps. Wir sind seit Mitte 2015 im Beachinspektor investiert, weil wir auf der einen Seite von der Idee hinter Beachinspektor sehr überzeugt sind und zum anderen von dem Team sehr fokussiert und sehr committed an dieser Idee arbeiten dürfen. Mit euren Investitionen werden wir unsere Inhalte deutlich ausbauen und zahlreiche neue Strände und Urlaubsdestinationen erfassen. Darüber hinaus werden wir einen Teil des Kapitals in die Internationalisierung und den Ausbau unseres Teams investieren. Wir haben uns eine tolle Ausgangssituation geschaffen und mit eurer Unterstützung werden wir Beachinspektor in puncto Abdeckung, Reichweite und Umsatz in eine neue Dimension führen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.